Let's Play Pokémon Gold Ampharos Was ja im Leuchtturm Nicht mehr so richtig leuchtet Und deswegen sind wir hier unterwegs Auf Wasser Richtung Anemonia City Selbstverständlich Und sind dabei auch natürlich hier Tauboga Und Igelava auf den nötigsten Level zu Ja zu leveln Level zu leveln ist ja natürlich auch mal wieder schön Ne das ganze hier Und deswegen geht das ganze dann natürlich auch hier weiter Ja wir Surfen auch im Übrigen an den Ich würde schon sehr schön An dieser Insel vorbei Desen Namen ich jetzt gerade wenigstens nicht weiß Aber gleich nach dem Kampf nachgucke wie die heißen Dann kann ich auch genauer sagen Wie die auch heißen werden So Machen wir hier Stern-Duo Bisschen lauter mann ich ja kaum was Ja für euch ist es ja normale Lautstärke Für mich ja nicht Ich stelle es ja dann immer schön ein beim Rendern Und jetzt kommt Stami Stami geschlafen Level Elegant Da habe ich schon gesagt Sterne und Stami Die Spirits Sind einfach von Rot und Blau übernommen worden Also nicht von der Geldmedition oder so Ich habe den Schlag überlebt Stami level 20 Ich muss mir Gedanken machen Bist du zu schwach? Nein Noch nicht Ist stark genug Gleich level 36 Das heißt gleich erleben wir eine Weiterentwicklung Ja Ich bin ausgeruhter als ich selbstverständlich So jetzt würde ich geradewegs nochmal wissen Wie die Inseln hier nochmal heißen Strudelinseln Genau Das ist jetzt nicht Der Name ist mir jetzt nicht eingefallen Hier ist nämlich Lugia Kriegen wir nämlich Lugia auf Level 70 Ja Level 70 Aber Das dauert noch Bis wir dann Auch hier das Lugia kriegen werden Das wird noch lange dauern Aber jetzt erstmal dieser Schwimmer Geneit Oder Geneit Keine Ahnung Garados 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 Level 20 Bestimmt auch Gleich noch am Leben Ja Das sieht so danach aus Furchtla Das fuchtelt wild herum Bleiben wir beim flüten Schlag So Und Level 36 Das heißt Ja Das heißt so gut wie möglich Nach dem nächsten Garados Wo ich jetzt auf die Lava wechseln werde Und dann sagen Das klappt doch nicht Die Lava ist Feier Garados Ja ich weiß Ich muss noch mal ganz kurz überprüfen Ob ich Ob wirklich das Mikrofon vom Headset dran ist Und nicht hier vom Laptop Hatte ich eigentlich irgendwann mal vorgehabt abzuschalten Aber naja Was hat keine Wirkung Oh Ja da müssen wir halt anders Äh Vorgehen Umzugehen Ja deswegen will ich ja auch Äh Igel Lava nicht hier Sondern auf dem Land trainieren Was jetzt auch Schwer wird Für Igel Lava Bei diesem Kampf Das hatte ich ja eigentlich vor Eieiei Es gibt aber gleich Heftiges EP Für Igel Lava 116 So Und jetzt Sehen wir Tauboga Sich entwickeln Ja Tauboss Herrlich Großer Vogel Ja Ein Tauboss Müssen wir übrigens noch mal Noch mal nachgucken Und guckt sich Da sieht sich einer das mal an Nach der letzten Folge ist Der Pokerus Endlich Weg Und das bedeutet Diese Pokémon hier Ja falls ihr Die vorletzte Folge gesehen habt Alle meine Pokémon sind mit Pokerus im Team Ähm Infiziert gewesen Das lustigste dabei ist Die sind jetzt alle Gegen den Pokerus Jetzt immun Siehe den Punkt da oben Über die Äh Über der Kraftpunkteleiste Selbst dieses Visual Level 3 Was einfach auch nur Meine kleine 4M Bitch ist Wird es nicht mehr kriegen So Dann tauschen wir mal kurz mal aus Jetzt ist mir Die Surfer Musik Ein bisschen zu laut Jetzt setzen wir mal Supertrank Für Äh Supertrank Für Iglava ein Und dann noch für Tauboss Level 36 Ist wie schon gesagt Bei Tauboss und Iglava Eine Ausnahme Weil die sich auf 36 Jeweils beide weiterentwickeln Deswegen mach ich dann jetzt mal Hier mit Ampharos weiter Hat mich nicht gesehen Naja Oh Jetzt kommt der Doxa Level 20 Weiblich Und jetzt haben wir hier Einen Experten in Sachen Wasser Pokémon Deswegen ist es logischer Dann auch hier Vielleicht ein bisschen Ampharos noch zu trainieren Anstatt dann hier irgendwie Dann mit einem Iglava Umzugehen Ah guck mal Jetzt hat er mich bemerkt Siehst du diese Inseln Von den Strudeln Blockiert werden Dort gibt es ein Bestimmtes Geheimnis Ja sehe ich So Sehe ich Oh Ich habe hier so viele Likes Auf Instagram Naja Egal DerchioTV hat im Übrigen Keinen eigenen Instagram Account Ich werde auch nicht Meinen privaten Instagram Account Für DerchioTV nutzen Ab und zu tue ich das schon Aber Nur so Ich spaß Wenn es mir langweilig ist So Okay So Waldorf ist besiegt Sehr gut Und Evgeny Evgeny Guten Tag Du kommst nicht aus Pokémon Russland Aus Russisch Pokémon Russisch Pokémon Ja Russisch Pokémon Meine Damen und Herren Wer weiß Ich nicht mehr Komisch gesagt haben Aber egal Naja So Ähm Was hatte ich vor Ah ja Stimmt Trainieren So So einfach geht das So Besiegt Tja Ach guck mal Hier ist schon eine Munia City Eigentlich wollte ich nach oben Nicht nach unten Aber naja Das soll's Und Dann So, Igla war nun auch besiegt. So, ein bisschen bleiben wir noch im Wasser. Solange sich die Seite hier bei mir auf meinem Smartphone aufbaut. Ja, ist okay. Ja, dann können wir weitermachen. Nochmal Donnerschlag. So. Ja, dann können wir jetzt auch mal so langsam aufs Land gehen, weil... ...auf den Rückweg werden wir nicht Fliegen benutzen, das kann ich jetzt schon mal sagen. Deswegen, oh, das ist jetzt so weit. So, jetzt sind wir jetzt in Anemonia City. Hier im Übrigen, in der Kristall-Edition, gibt es ein Haus und da so ein Podest, wo dann Suikon erscheint. Zertrümmerer haben wir ja dabei. So, Zertrümmerer... ...weil ein Arm ab, wo was kann das, ne? Nix, 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 nada, schade. So, nochmal Zertrümmerer, ich wollte schon sagen. Jetzt... Oh, ein Pokémon. Bestimmt, ein Kleinstein. Ein, ein, krab, 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 krab. Ein Krabi. Good dog, ich bin ein Krabi, was kann ich für Sie tun? Ja, sollte ich übertreiben. Ja, Krabi Level 15 weiblich. Schnell ist das Gang weg. So schnell kann das gehen. So, dann haben wir hier noch einen Zertrümmerer-Stein. Klar. Nix. Auch kein Item, gar nix, null. Ein bisschen schade, kein Item. Ah, hier sind noch ein paar Zertrümmerer-Steine. Mal gucken, ob vielleicht da, wo was drunter ist. Da ist ein Pokémon. Sei es auch. Ja, ein Pokémon. Item war auch schön, aber ein Pokémon. Wieder ein Krabi. Krab, 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 krab. 15 Männlich diesmal. Naja. Das ist so einfach möglich. Schön wäre ein Kingler. Aber ich glaube, das wäre unwahrscheinlich, dass da drunter ein Kingler ist. Würde nicht passen. So. Dann haben wir hier noch zwei Zerschneider- Ich sage immer Zerschneider-Steine. Ich habe es auch irgendwie. Ja. Oh, nix drunter. Nix null. Schade. Hätte ja sein können. Aber hier ein Pokémon. So. Boah. Ja. Ich weiß. Krabi, krabi, krab, 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 krab. So. Besiegen wir das auch noch. Wird aber nicht nur für 36 für Ampharos sein. Sondern kurz davor. Noch mehr als kurz davor. So. Mehr Zerstrümmerer- Zertrümmerer-Steine gibt es nicht. So. Was haben wir hier? Fotostudio von Emonia City. Machen Sie einen Schnapp... 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 Na ja. Was haben wir hier? Die Felsen nördlich der Stadt können zerschmettert werden. Vielleicht findest du etwas unter ihnen. Deine Pokémon könnten Zertrümmerer einsetzen, um uns den Weg zu räumen. Ja, hab ich doch schon. So. Was haben wir denn hier? Erwähnt. Setzt du Fliegen ein, kannst du direkt von hier aus nach Oliviana City reisen. Schön. Schön, ne? Du kommst von Oliviana City? Hast du auf dem Weg hierher die vier Inseln gesehen? Ich habe gehört, dass sich dort ein mystisches Wesen verstecken soll. Lugia, Level 70, habe ich schon erwähnt. Diese Strudeln rund um die Inseln werden sich sicher durch diesen Kreatur erzeugt. Ja. Lugia, 70, Strudelinseln, wie schon gesagt. So. Man sagt auch, dass man nur sehen kann, wenn man einen Silberflügel dabei hat. Man muss denselben Beruf haben wie diese Kreatur. Lugia und so weiter. So. Hier müssten wir auch ein Häuschen haben. Ich bin schockiert. Ein Junge in deinem Alter mit stechenden Augen und langen Haaren kam hier rein. Er hat mich gezwungen, ihm meine kreisgekrönen Pokémon zu geben. Ich habe zwar noch eins übrig, aber was soll ich tun, wenn er zurückkommt? Du siehst stark aus. Das würdest du auf meinen Pokémon aufpassen. Im Moment ist mein Team voll und dann soll ich hier zurückkommen. Das passiert schon jetzt aufs Maulhorn. Fertig. So. 500 Jahre voller Tradition. Apotheke von Anamonia City. Gerne erwarten wir ihre medizinischen Fragen. Ah, hier ist es. Gut. Dann weiß ich Bescheid. Aber jetzt erstmal Pokémon Center. Denn das ist auch noch auf der Agenda. Selbstverständlich. Und selbstverständlich steht auch noch heute eine Entwicklung... Äh, Entwicklus... Äh, ich hab's heute wieder mal irgendwie, ne? Naja. Auch wenn in der vorletzten Folge... In der vorletzten Folge... Auch die zwei... Äh, zwei der drei Hunde kamen. Ja, aber was soll's. So. Das ist der Typ. Deine Pokémon scheint es gut zu gehen. Bedrück dich etwas? Dem Pokémon vom Leuchtturm geht es nicht gut. Ich hab's. Das sollte das Problem lösen. So. Ich krieg ein Geheimtrank. Dann komm es ins Basis-Item-Fach. Aber... Das will ich jetzt mal ausprobieren. Kann es selbst nicht benutzen. Ja. Ja. Da warnt mich eine Stimme vor. Nämlich Professor Eich. Ja. Aber vor was man mich nicht warnen kann, ist beispielsweise, wie schon gesagt, der nächste Orden. Der ist nämlich hier. Der Kampforden. Die Arena. Nämlich mit Leiter Hartwig. Und da gehen wir auch durch. Hier sind wir. Ich weiß gar nicht, ob wir Stärke haben. Vielleicht müsste ich jetzt dieses... Jetzt wirklich... Gucken wir mal. Stärke. Ja. Ja. Da haben wir das Problem, weil wir brauchen Stärke, bis wir da hinkommen. Deswegen werden wir jetzt erstmal... Ähm... Das Pokémon ablegen. Aber ich weiß, das Pokémon, was mir der junge Mann dort geben will, kann, glaube ich, zufällig Stärke. Warum will ich wieder heilen? Ich hab doch schon geheilt. Ja. Ich hab doch schon geheilt. Ich wollte... An dem... An dem Pokémon-PC. So. Ablegen. So. Das heißt, eine Ära geht kurz zu Ende. Visor wird abgelegt. Und ich will es jetzt mal kurz mal beweisen, dass... Äh... Dass wirklich dieser Punkt, der da oben ist, ne? Nur bei dem Visor ist, wie man das sehen kann. Beispielvergleich. Visor. Da oben ist ein Punkt. Und hier nicht. Das bedeutet, die Pokémon, die alle einen Punkt hatten, hatten den Pokerus. Ein... Netter Virus. Einen netten Virus, hätte ich mal. So kann man das sagen. So. Jetzt gehen wir nochmal zu dem Typen. Machen wir das mal schnell. Ne? Larbeit nur zu lange. So. Jetzt krieg ich ein Pokémon. Und dreimal dürfte raten... Welches? Und es ist ja nämlich ein... Modri. Nein, es ist ein Potrot. Level 15. Ein Käfergestein-Pokémon. Und ich glaube, weil es ja ein Gestein-Pokémon ist unter anderem. Ganz Stärke. Wenn nicht, krieg ich das sofort zurück. Guck mal, ist ganz Stärke. Ja. Das bringt einem fremden Pokémon bei. Eine VM bei. Nein. Ich mein's. Ja. So. Ich hätte Zugabe wegmachen sollen, ne? Naja, schade. Aber was soll's. So. Damit hätten wir wenigstens so das Pokémon dafür da. Wir wechseln aber jetzt. Anstatt Taubos wird das Ganze jetzt mit Igel Lava gemacht. Denn Igel Lava sollte sich mal langsam mal zu Turnupto entwickeln. Deswegen. In dieser Folge soll es geschehen. Eher wird diese Folge nicht beendet. Also wird es lange dauern. Ja. So. Die ersten beiden Trainer. Der Vortrainer in dieser Arena. Ich freu mich dran. Ich hoffe, ihr euch auch. Schwarzgurt. Xaver. Jetzt. Oh. Kikli. Ja. Fun Fact. Dieses Pokémon wurde nach Bruce Lee benannt. Also. Das ist ein kleiner Fun Fact nebenbei. Aber nur so gesagt. Ist wirklich so. Kikli ist nach Bruce Lee benannt worden. Und Nokchan, was wir wahrscheinlich hier gleich noch sehen werden, ist nämlich nach Checky Chan benannt worden. Chan, ne? Also das Chan ist deswegen wegen, ähm... Guck mal, da ist Checky Chan. Ich hab meine eigene Pointe versaut. Egal. Äh, egal. So. Ich hoffe, jetzt muss ich mal dieses Kiki etwas schneller. Was ist erbärmlich hier mit Igel-Lava, ne? Was sollen wir machen, ne? Das ist halt... Es kommt kein Plan. Aber dafür gibt's kräftig Erfahrungspunkte. Geht aber direkt sofort weiter, auch wenn ich jetzt hier, ja... Start drücken wollte. Wir Meister der Kampfgunds haben vor nix Angst. Sicher? Wer weiß, ne? Das sagt auch Schwarzgott Jeff so. Das sagte er. Und setzt... Guck mal, da ist Checky Chan. Ja. Der Witz ist alt. Naja. Hoffen wir jetzt mal, dass wenigstens nicht so was Schlimmes ist, so wie... ...wie Eishieb oder Eisschlag. Oder Eishieb. Ich weiß nicht. Oh. Volltreffer sogar. Kometen-Hieb. Sieht nicht gut aus. Ich glaub, ich mach nochmal Schaufler. Das wäre... Das wäre die Rettung. Weil wenn ich nämlich jetzt... ...Ruckzuck-Hieb machen würde, wäre ich glaubend beim nächsten Kometen-Hieb... ...Igel-Lava weg. So war wieder ein Volltreffer. Auf wieder acht und zehn Erfahrungspunkte. Naja. Wird ein bisschen bitter, aber ich schätze mal wohl, dass ich mit Tauboss... ...und mit einem anderen Pokémon den Orden machen würde, weil das... ...wird dann wohl so sein, dass Egel-Lava ein Spezialtraining kriegen wird. Ja. Da muss ich mir was anderes einfallen lassen. So. Nächster Trainer. Der Vor-Vor-... Der Vorletzte. Ne. Wie gesagt, da geht hier in diese... Hier in die nächsten zwei Folgen diese und die nächste sind ganz schnell... ...in Sachen Orden. Nämlich, äh... ...zwei Orden hintereinander. Und deswegen... ...Igel-Lava weg für den nächsten Orden ist eigentlich gut geeignet, aber... ...naja. Ich will dann erst mal sehen. Yo. Naja. Aber wenigstens... Oh, ne. Immer noch nicht. Ich glaub's wohl nicht. Jetzt kommt Maschok. Das wird, glaube ich, ein bisschen schwerer für... ...Igel-Lava. Weißt du, ist ein bisschen bekloppt. Warum setzt du nicht Taubers ein, heißt es direkt oder so, ne. Aber ich will ja auch dieses Igel-Lava wenigstens zur Entwicklung bringen. Und das sogar noch vor dem Orden. Ne. Also wird dann auch noch, sag ich mal... ...das wird ein Volltrecker. Naja. Bringt nicht viel, dann muss halt... ...die Geheimwaffe gegen Kampfpoken ran. Tauboss. Ja. 36, aber bringt ja auch nicht viel. Steinhagel. Aber wird's natürlich aushalten. Sag ich doch. Ja. Nehmen wir mal Flügenschlag. Zack. So, und da geht das. 34. Und Taurus kriegt seine ersten 390 Erfahrungspunkte. Und der Schwarzgurt Peter, wo... ...biss ich dort. So, und gehen nochmal zurück. Haben wir noch nicht den letzten Trainer besiegt, bevor wir dann zum Arenaleiter kommen. Ich könnte ja natürlich nochmal zurück surfen. Surfen, nicht fliegen. Fliegen fliege ich erst, wenn ich den Orden gemacht habe. Ja. Ich hab ja auch angedroht, dass erst diese Folge vorbei ist, wenn... ...Igelava sich zu Tornupto entwickelt. Also wird das jetzt dauern. Ja. Spult vor, wenn ihr wollt. Wenn nicht... ...das ist auch nicht mein Problem. Ja, oder dann die Entwicklung dann halt nächste Woche. Also in der nächsten Folge. So, jetzt brauche ich erstmal Schaufler. Einerseits einmal links, einmal rechts. Und dann den Stein in der Mitte, egal nach links oder nach rechts. So. So. Einmal so. Jetzt kommt der letzte. Gegen die Wut meiner Fäuste können deine Pokémon nichts ausrichten. Doch. Mein Taubos am Allermeisten. Hä? Ja. Manky. Damit müsste dann aber Igelava dann doch keine Probleme haben. Schätze ich mal. Oh, genau 100 Erfahrungs... Äh. ...100 Kraftpunkte. Ja. Wie sag ich ja? Manky ist wenigstens... ...einfacher. Ja, ich sag jetzt nicht so, dass mein Igelava schwach ist. Das liegt einfach nur daran, dass... ...ääh... ...Feuer-Pokémon, Kampf-Pokémon... ...naja. Da kann man auch nicht so viel sagen, ne? Aber bei Razav... ...naja, Razav könnte ich ja mal probieren. Da gibt's ja dann wenigstens etwas mehr. Will ja auch nicht viel riskieren. Aggressiv. Alter. Voll aggressiv. Alter, die Gegend daneben, ist klar. Äh. Sogar ein Volltreffer. Also wenn das ein Volltreffer war, dann ist normal... ...und's normal, dann ist dann halt nicht so heftig. Oh. Na, Kratzkurier. Äh. Dreimal. Mäusein Ruckzucki. Ich glaube, da gibt's 798 Erfahrungspunkte. Ah, die Hälfte. Naja, zwei Level sind's trotzdem noch. So. Zurück gehen wir jetzt nicht. Ich nehm einfach einen Supertramp. Sind genau 50 gewesen, ne? Einfacher ist einfacher. Und da ist er. Der kleine Dicke. Naja, mal abwarten. Wahahahaha. Du hast es also bis hierher geschafft. Lass mir gesagt sein, dass ich ein harter Brocken bin. Meine Pokémon werden dich in Grund und Boden rammen. Pass auf. So. Die Hose ist zerrissen. Ja. Da. Jetzt hast du dich erschreckt. Ne, die Hose ist nur geplatzt. Bei dem. Wie? Das hat nichts mit deinem Pokémon zu tun. Das ist wahr. Komm her. Lass uns kämpfen. Komm her. Lass uns kämpfen. Ich hab Lust. Nein. So. Der Leiter möchte kämpfen. Hartwig. Daniel Hartwig? Nein. Und da kommt direkt sofort Rasa. Vielleicht 27. Deswegen machen wir mal direkt Flammenrad. Mal gucken, ob das wenigstens was mir geben würde. Das andere Rasa war ja etwas schwächer. Silberblick. Gleich kommt nämlich ein Pokémon, das gegen Igelava sowieso keine Chance hat. Also, was Igelava eh keine Chance hat. Nämlich Quapo. Ja. Ein Arena-Leiter mit Kampf-Pokémon. Ne. Mit einem Wasser-Pokémon. Ja. Da haben wir natürlich auch eine Geheimwaffe. Die nennt sich Ampharos, liebe Freunde. So schaut's aus. Da haben wir sie. So. Man-Donner-Schlag. Donner-Donner-Schlag wollte ich schon sagen. Donner-Schlag. Und schon ist der Orden unser. So schnell kann das gehen. 1.188 Erfahrungspunkte. Ich hätte lieber aufteilen sollen, ne? Naja. Aber wenigstens ein neuer Orden. Orden Nummer 5. Ist damit unser. Und da können wir uns riesig drüber freuen. Orden Nummer 5. Alle Pokémon gehorchen uns bis Level 70. Und fliegen kann außerhalb. Eingesetzt werden außerhalb des Kampfes. Und wir kriegen jetzt noch TM01. Was ja in Kanto berühmt war. Als Mega-Heap ist das hier Wuchtschlag. Die Attacke kam hier nicht mal zum Einsatz. Naja. Werden wir dann auch wohl beim nächsten Mal mal sehen. Mal gucken, wie ich Wuchtschlag beibringen werde. Aber erstmal diese Frau hier ansprechen, um Fliegen zu bekommen. Und, ja. Nun bekommen wir dank dem Orden, dem 5. VL-02, Fliegen. Ja. So. Damit bringen wir dann Taubos endgültig Fliegen bei. Haben wir zu Fliegen. Ja, wir fliegen. Ja. So. Kann als einziges nur Taubos. Und. Ja. So. Und die Lehmstelle verschwindet. Eine alte Attacke. Die ist seit einem. Seit es ein kleines Taubsi war, beherrschte. Und nun. Ein großes Taubos ist mit Fliegen. Ich habe ja eigentlich angekündigt, dass wir nun zurücksurfen. Aber daher, dass ich ja gerne. Definitiv hier noch eine Entwicklung sehen möchte. Nämlich noch eine. Neben der von Taubos. Äh, Tauboga zu Taubos. Möchte ich jetzt eine Entwicklung sehen. Und zwar nicht die von Igel Lava. So. Deswegen werden wir gleich wieder extremst trainieren. Keine Sorge. Ein Pokeros kann nicht vorkommen. Außer bei dem Potrot, wenn wir es entwickeln würden. Ähm, also da kann nicht viel passieren. So. Dann werden wir uns mal ein bisschen darauf vorbereiten. Das ist auch die letzte Amtshandlung, was ich dann machen werde. Deswegen nicht wundern. Und sollte einer der legendären Vögel auch... Vögelstein schon... Da sollte irgendwo Arctus, Zap, das Lavados rumfliegen. Ist auch kein Problem. Nein. Ich meine jetzt natürlich, ist schon klar, die legendären Bude. Ich würde eigentlich hier... Deswegen... Machen wir das mal im Schnelldurchlauf. Was? Was? Ja, Magnetilo ist auch gefunden. Ist fressend für Igel Lava. Aber... Naja. Jetzt kommt es andauernd. Was ist denn hier los? Äh. Weil mache ich hier irgendwie, äh... Ein Radfratz nur noch mit Ruckzug-Kieb-Lazack weg. Radikal. Naja. Ich habe zweimal Ruckzug-Kieb. So. Letztes Pokémon, bevor es dann eine Entwicklung ist. Wo es dann eine Entwicklung gibt. Ja, ist. Ja. Heute spricht Valdi ist anders. Ich weiß gar nicht. Ich müsste jetzt erstmal gucken. So. Ich tausche. 209 Erfahrungspunkte. Dieses Radfratz gibt mir weniger. Da ich doch. So. Das ist das letzte Pokémon. Ich wollte es eigentlich in einer anderen Ebene haben, diese Entwicklung. Aber naja. Somit... Also andere Ebene meinte ich damit jetzt, ne? Also... In einer anderen... In einer anderen Situation. Eben. Ich bin heute auch in irgendeinem. Naja. Ein kleines süßes Feierigl ist ein Tornopto. Das erste Pokémon, was ich hier bekomme in der Yotoregion ist nun vollentwickelt. Herrlich. Herrlich. Ein Tornopto. Hat direkt genauso viele Kraftpunkte wie mein Ampharos. Tornopto. Tornopto. Ja. Dabei können wir mal durchlesen, was die so im Pokédex stehen haben. Das können wir auch mal machen. Tornopto unter anderem ist 1,70 Meter groß. Also fast ungefähr so groß wie ich. Ich bin ja 1,89. Wiegt 79,5 Kilo. Ja. Wenn es sein Zorn den Zenit übersteigt, wird es so heiß, dass alles, was es berührt, in Flammen aufgeht. Boah. Naja. Und dann natürlich Taubos. 1,50 Meter groß. Knapp 40 Kilo schwer. Also 39,5 Kilo. Seine Brustmuskeln sind so kräftig, dass es mit wenig Flattern einen starken Windstoß erzeugen kann. Bodybuildervogel oder was? Naja, nicht schlecht, ne? So schaut's aus. So, zwei vollentwickelte Pokémon. Und ja, wir machen das jetzt erstmal folgendermaßen. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Wir müssen ja eh... Ich mache ja eh erst den Orden in der nächsten Folge. Sollte ich das ein bisschen spannender machen? Ich weiß gar nicht. Eigentlich könnte ich beide Orden in... Ne? Zwei Entwicklungen, zwei Orden. Das wäre ja auch eine Möglichkeit. Weil Vortrainer gibt es bei dem sechsten Orden nicht. Ne? Gibt es nicht. Aber ich mache es anders. Ich mache daraus sowieso ein bisschen so ein kleines Schauspiel. Denn wir haben sowieso Richtung siebter Orden. Das ist ein langer Weg. Deswegen werden wir jetzt erstmal ganz schön nach oben gehen. Und vor Jasmin stehen bleiben. Und in der nächsten Folge gebe ich ihr dann den Geheimtrank. So einfach mache ich das. Ja, das ist alles für ihn. Guten Abend, Wadi. Ich bin's, Holger. Hast du eine Minute Zeit? Willst du kämpfen? Es wird nicht so sein wie das letzte Mal. Oh! Der Holger möchte kämpfen. Route 36. Nicht schlecht. Merken wir uns fürs nächste Mal. Also nach dem Orden direkt zum Holger. Zum Schuljungen. Ich glaube, das ist der mit seinem Pantimos. Ne? Deswegen auch nicht schlecht. Das wird vielleicht jetzt diesmal die längste Folge letzten der Pokémon Gold. In dieser Staffel nenne ich das jetzt mal. Andere spielen Omega... Omega Alpha wollte ich schon sagen. Omega, Saphir und Alpha Rubin. Oder wie heißen die? Omega, Rubin und Alpha, Saphir? Ungefähr glaube ich so, ne? Naja, dagegen würde ich ja dann bei DERCHU TV Rubin oder Saphir spielen. Ich würde wahrscheinlich mich anders überlegen. Nicht Rubin spielen, sondern Saphir. Aber das erst mal nächstes Mal. So, das war's jetzt von mir hier von Let's Play Pokémon. Genau 30 Minuten, ein bisschen mehr. Muss auch nicht sein. Nächste Folge kommt. Definitiv. Der war wünschig, wir haben eine schöne Zeit. Bis dahin. Tschüss. 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 Tschüss.